Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Team Fortress. Heute spielen wir mal, wir spielen jetzt, drücken einmal auf random und das was rauskommt, damit spielen wir. Nein, Handy jetzt nicht. Und ich mache ein Schwert und zwar spiele ich mit Controller. Und, ne das kann man leider nicht so gut als, äh, ähm, warum kann ich mich nicht bewegen? Muss ich das vielleicht noch irgendwo einstellen? Ich hätte das doch eigentlich eingestellt. Nein, 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 nein. So, äh, nein, abbrechen. Oder war es bei Maus? Ah, Gamepad aktivieren. Okay. Ähm, so, das, ach, komm, komm schon. Das, okay, ich spiele einfach mit Pyro. Ist am einfachsten. Ich muss noch eben ein bisschen, nein, nein, danke. Nein, so. Optionen. Ähm, und jetzt müssen wir noch, ähm, wir gehen da, ach da, genau. Ähm, wir müssen das Gamepad, die Empfindlichkeit ein bisschen hoch. So ungefähr, passt das? Jo. Okay. Okay, 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 okay. Okay, ich muss nur kurz mal gucken, wo alles ist. Okay. Man sieht schon, dass ich sehr gut umgehen kann mit Controller. Boah. Ne, ich glaube, das ist doch noch ein bisschen zu extrem. Von der, ähm, von der, ähm, nein, Optionen, ist wieder ein bisschen zu schnell, so ungefähr. Eigentlich kann ich ganz gut mit Controller spielen. Eigentlich, aber mittlerweile, ich glaube, ich habe, what? What, what? What, what? Nein, 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 ich hänge fest, ich hänge fest. Er hätte mich nur einmal treffen müssen. Einmal hätte er mich treffen müssen. Was für einen Luck habe ich denn gerade? Bin hier gar nicht gewohnt. Von der Welt. Da habe ich ihn getötet. Oh, unbedingt leben. Ist ja schlimm. Äh, ich werde die ganze Woche, äh, die ganze Woche, denke ich mal, über Team Portis spielen. Und, ähm, die ganze Zeit mit Dings zusammen. Also mit Controller. Hallo. Was? Das geht ja gar nicht. So, jetzt spiele ich nochmal mit Zermittler, Mömmel, Mömmler, 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 whatever. So. Hallo. Mitbürger. Ich habe den Pyro geweckt. Pyro, tut das ist es ein Spy? Nee. Ähm, guten Tag, lieber Mitbürger. Angriff auf den Kontrollpunkt. Nein. Nein, das war, ah, ganz knapp. Boah, das ist mega anstrengend, mit Controller zu spielen. Aber irgendwie auch, eigentlich ist das relativ angenehm, weil man halt nicht so über der Maus hockt. Kann sich zurücklehnen und ganz in Ruhe alles machen. Ich wusste doch, dass das einfach einer ist. Das war doch schon offensichtlich. Hallo? Hallo, lieber Mitbürger, der du ein Spy bist. Ach, nee, kein anderer Pyro. Hey, anderer Pyro. Hat schon mal... Der sterben wird. Nicht ich. Nicht ich. Nicht ich. Nicht ich. Not me. Not me. Nicht ich. Nein. Boah, Leute. Wie habe ich das gerade geschafft? Und da habe ich gerade einen durch die Flecken getötet. Ich bin gerade einfach der Profi, Leute. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Das könnte ich ganz schnell mal nachgucken. Das war schon seit etwa fünf Minuten. Kann das? Kann das ungefähr fünf, sechs Minuten? Ich werde wieder nur so zehn Minuten Videos machen. Weil... Dann kann ich am besten immer die Klassen einzeln testen. Äh, also... Testen. Was ist das? Testen? Ich kenne die Klassen ja alle. Ja. Aber dann kann ich halt immer wieder viel Vielfalt da reinbringen. Weil dann ist immer wieder neue Klassen, neues Setting und sowas. Alles. Aber man sieht, dass ich momentan mit dem Controller relativ verkacke. Auf gut Deutsch gesagt. Ach, Leute. Wenn ihr euch als Spy verkleidet, dann macht das bitte gut. Ganz ehrlich. Wenn jemand ein guter Spy spielt und mich dabei killt, dann finde ich das ja noch okay. Aber wenn man dann so spielt wie der gerade, sich vor die Türe stellen und dann nach Medic rufen. Als Scout. Als Heavy ist noch so, jo, okay. Der Heavy wartet auf den Medic, damit das bessere Tech-Team ist. Aber... Ich warte vor der Tür, damit der mich heilen kommt. Ich könnte auch schnell reingehen. Und mich heilen, aber... Mal gucken, was hier so abgeht. What's going on here? Die sehen mich nicht kommen. They see me rolling. Heiling. Trolling, trying to catch me running. Oh. Oh. Hey, hey, du. Hopps. Oh, der Controller vibriert sogar. Das ist schön. Guten Tag. Nope. Nope. Hey, dann give a fuck. Nope. Nope. Ich hab Nein gesagt. Lässt du mal meinen Medic in Ruhe? Ganz ehrlich. Immer diese Menschen, die denken, dass sie besser sind als einer. Und deswegen... Wo ist mein Medic? Medic. Medic. Ne, 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 ne. Was zum Teufel ist das denn für ein Mensch? Ich fang voll anfang zu kotzen. Hallo? Das ist kein Geht mehr. Gut. Let me see the show tonight. Hallo, ist hier jemand? Oh, das ist aber eine schöne Leiche. Ja, das ist ein Geht mehr. Und du bist schon wieder ein Spy. Hallo, Scout. Out. What? What's going on here? Bam. So machen es die Profis. Wisst ihr, wie man diese Profis auch nennt? Nicht Max. Ich hab 5 Punkte bekommen, ne. Oder einen Punkt bekommen, weil ich 10 Minuten am Server spiele oder sowas. Keine Ahnung. What's going on here? So. Was gibt's denn? Hallo? Das ist der Bärbis und du. Warum sind hier mal Gegner, die verschwinden? Hab ich so nen Hund? Picken? Ne, aber die Gegner. Boah, 300, 290. Was sind das denn für Ruckler? Troll, G mal 11 von Max. Alarm, Angriff auf den Kontrollpunkt. Auf Agent. Ich geh, ich übernehme das. Ich übernehme das. Hallo? Hallo? Warum hilft der mir denn nicht? Ah. Damn. I'm pretty good. And things like this. Ähm. Oh, okay. Müssen den da hinten erst wieder einnehmen. Das wusste ich natürlich. Das wusste ich alles, weil ich... Ich hab kaum noch Muni. Sollte ich mir mal hier holen? Boah, geil. Muni-Zoom. Boah, den hätte ich eigentlich bekommen müssen. Oh mein Gott. Ist ja schlimm, wenn ich nicht mit Mausentastatur spiele, bin ich einfach hochkantiger Noob. So muss man das leider sagen. Bin zwar generell nicht allzu gut, aber mit Controller bin ich hier noch klichte. Ist ja sehr, sehr, sehr schlimm. Das nenn ich mal... Nee. 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 Nee, Centrigon. Nee, Centrigon. Nee. Hallo? Ich versteck mich. Hallo? Nein, 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 nein. Nee. Nee, 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 nee. Hallo? Ey. Ähm. Nip. Daneben. Nip. Daneben. Ähm. Fast. Au, au. Es hängt uns zu lenken. Was ist los? Hopps. Oh, oh. Wann bemerken die mich eigentlich mal? Ah, cool. So kann man auch wechseln. Ich nehme mir die hier. Und dann würde ich sogar sagen, auch wenn diese Runde noch nicht vorbei ist, würde ich die jetzt schon beenden. Weil es sind jetzt etwa 10 Minuten gut. Und ich finde, das reicht jetzt auch erstmal für das heutige Video. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da spielen wir ja irgendeine andere Klasse, aber auch wieder mit Controller. Bis dann. Tschüss.